Ah ja, okay, so, Passive Stoker, you crouch, walk faster, and can climb walls higher. Okay. Das ist auch nice, weil Crouchwalk ja nahezu unhörbar ist. Ja. Äh, Silence, Throw, Divide, DS, Damage, and disable enemies abilities for 10 seconds. Okay. Ultimate Death Totem, drop a totem that protects users from death. Instead of getting killed or downed, you will return to the totem. What? What? Äh, ich spiele einfach nur erstmal rein. Die Map ist ja eh wieder grundlegend und zwar heftig verändert diesmal. Wo soll ich das? Theoretisch, okay. Before it's a random tool, meinste? Boah, der Lock-In-Pick von ihm ist aber auch cool, muss ich sagen. Ha, der ist ja jetzt nicht mehr ganz so sehr City wie vorher. Das stimmt. Wobei wir trotzdem rechts von uns jedem, also zumindest einen Drop haben wir hier noch. Wir gehen hier runter. Alter, die Stimme von dem. Das ist geil. Ich kann mich nicht konzentrieren, bei mir steht was. Äh, wir sind eine Wingman? Ja, kann nämlich noch gar nichts. Mit 60 Schuss. Oben liegt auch nur Sentinel, wenn du willst. Ein Sentinel? Man kann die Elster jetzt außerhalb finden. Jo, die Elster ist jetzt, Moment. Dann ist die aber geil, wenn die mit normaler Energy Ammo beläst. Dann will ich die haben. Ja, dann nimm sie du. Habe ich auch gerade. Habe ich auch gerade. Die fällt sich jetzt wie bei Titanfall dann. Wenn dann die nicht überhitzt, kann die dauerhaft schießen. Die hat nämlich kein Magazin mehr. Oh mein Gott, die Sentinel, Alter. Hat die nicht nen Double Shot? Ein Single Shot. Ein Single Shot. Aber, erster Schuss, Headshot. Äh, hier ist ein Klaus, 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 Klaus. Ja. Äh, ist glaube ich ganz oben, oder? Hä? Bei mir. Oh mein Gott. Oh, aua. Jesus Kreber. Zwei Leute. Oh shit. Hab beiden gegeben, aber die kommen rum. G rigt'n Koestik Achtung. mich könnte man aufheben ich denke jo das wollte ich mal probieren du kannst es nur einmal benutzen und wenn man bekommt sein schild aber wieder wenn man die deathprotection auslöst ich nehme den drop hier ne die deckung ok was ist ein extended sniper mag und ein golden rucksack gegner ich hebe auf der ist hier drin oh da leckte nur ein bisschen hallo sono ja komm 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 jo ich sehs ist er alleine? sieht so aus äh ist das unser? oh god da wurde ne longboat hier wurde ne gekrapert sogar aua und ich bin natürlich ganz geslowt danke oh gott dass der noch nicht getroffen hat ey alter ja ich glaube die schießen gar nicht auf uns doch aber die haben wir gerade auch aktie hier den coup von dingans benutzt boah die sentinel gefällt mir die hat weniger drop als ein longboat äh heal up mate aber sie plan die pläut shield break pull finder i'm not thank you i'm not thank you sagt einfach meiner für thank you halt hier ah du bist es oh ich dachte grad warte oh mein gott was die scout kann aber keine keine sniper visiere mehr nehmen was ist das jetzt? was ist das jetzt? ich will nen gegner treffen jetzt ich glaube ich hab ne shit batterie gerade genommen ähm hörst du das? das knallt ziemlich heftig ich hab übrigens mein old ready wieder wenn wir irgendwie reingehen wollen ich glaube wir können die sogar hier oben hinstellen wir pushen die dann das ist krass ich will da hinten sind sie gerade ich brauch scope auf einen ich hab keine vision hier unten war auch einer hier liegt ein scope hier liegt ein scope ok also wenn du wenn du die sentinel äh kannst du chargen wenn du b drückst dann benutzt du ein ein sheep what und dann macht die wohl super gut diese ist ein ne 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 ich bin halt runter gesprungen wir sind beide runter das hört sich anders an wenn du auf Dingens triffst auf gegner hier oben sind sie drin jo jo die sind oben drin ich mach mal ein totem hier hin die ist getimt die death protection jo jo logisch das ist fürs ganze team jeder kann die death protection benutzen einmal wenn du es gekillt wirst wirst du zum totem zurück geschickt mit vollem schild mega gut das ist halt tatsächlich zum aggressiv spielen extrem stark aber das hat ja schon halb abgelaufen war vielleicht nicht so gut platziert das ist halt abgelaufen oh ihr seid nicht mehr bei mir oh ihr seid nicht mehr bei mir hier unten ich hab einen genockt ja ich bin ja der hier wird wiederbelebt der ist rausgesprungen kannst du mich wiederholen dann oi 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 die L ist da geil endlich ist sie nützlich auch heavy auch über der ne ja neben dir jetzt oder nicht ne das war die Bangalore aber ich wurde gekillt wieder oder ich bin einfach umgefallen ja ich muss nur auch nachladen weißt du ja ja das ist gut ja die kommen die kommen hier rein oh shit ja wir sind alle knocked jetzt du bist also der letzte damn erst mal trotzdem bock Moment ach ne ich bin ausgeblutet du lebst noch oh ich hab mal einen kill gekriegt oder war das deiner ich hab einen gekillt mhm ok sag mir bitte dass du heavy armor hast ne energy und light wo ist diese mate nach der ist ein weiter oben da liegt heavy rechts von dir da links unten in die andere Richtung naja die sind halt in der death protection komm und über die wurde er halt wiederbelebt in der Zeit naja über die wurde in der Zeit wiederbelebt ja aber die sollen dann erstmal gegeneinander verhalten auf der untersten Ebene lag noch heavy ammo 40 Schuss mindestens ja ich hab noch keine ammo run das ist fucking passfinder das geht nicht so weit ne ne spars dir lieber auf über den Ding aus zu kommen hier erstmal angucken ne doch nicht schießen wir laufen kannst du jetzt doch ulten oder? ja bist du aber dadurch wird Pathfinder wieder wichtig auf der neuen Map aber ich weiß nicht ob ich es übersehen habe aber irgendwie fehlt mir die anzeige für für die überhitzung von der elster man hört es zwar habe ich jetzt gerne noch angezeigt und ich habe sich mal gedrückt zum nachladen ich war einfach nur dumm ich vermute wir sterben wenn du wieder belebst aber versuch ruhig aber es ist normal ja schon klar der schreibt jetzt schon thank you aber hier war auch noch niemand zumindest ok aber dort oben war nicht gelootet ich hasse den doppelt ja ich weiß aber ich haste den doppeltab in der i war das ist hier ist alles schon geloot hier wird nur eine haywok liegen ja dann soll er dann die nehmen aber circle kommt halt auch schon jojo ein bisschen was mitgenommen zumindest mal ein weißes schild hab könnte wieder ein bisschen zu stark sein war und den drop nehmen oder zu stark würd ich jetzt nicht mal sagen sogar du bist ja nur gut im elm sagt da ist dann bestimmt auch noch was drin leiter muss da drin soll ich jetzt die triple taking 45 austauschen wahrscheinlich schon war also jetzt schrott für eine triple take nichts anderes ich mag hier oben nicht drin bleiben ich weiß nicht wie weit ich hoch wie hoch springen kann oder wie hoch ich laufen kann die sind da drin ich finde es gerade mega schwer zu hören oh joa pass auf wir werden beschossen hat jemand zu kurz geworfen wir haben halt vor und sieht man im haus ist ein bisschen ein problem ihr lauft von mir weg mama die fighten das schilder ich glaube ich glaube ich habe die sender abbekommen geh hoch ich gebe dir was zum heilen Oh, danke I'm healing Oh, die sind drin Das ist noch einer gewesen, oder? Oh, mein Gott, ich muss auf die 99s rutschen Ich belebe wieder Ja, mach Ich mach nen Totem Viel leid, aber hab ich jetzt auch nicht Ja, ja, nur mit Schild Hab ihn Oktay ist dead Hallo? Werden die Deathbredge an, als ob sie aber nicht heilen Das ist ja hart Ich will mal kurz meine Waffen ein bisschen anpassen Ich hab nichts mehr zum heilen Jo, das ist das Problem Jetzt können wir Ich lauf mal Ja, deswegen hab ich mir das schon gedacht Ich seh halt nix mehr No, ist nicht außerhalb Ich hab nichts gesehen, weil die Uhr natürlich doch ziemlich nice war, um mich raus zu zonen Ich wollte doch nicht den offensichtigen Weg nehmen Aber, erst ne Runde? Ja, war zumindest nicht so schwitzig Schwitzig wie sonst, ey Also, Sono, falls du Reni sehen wirst Wir sind am Multistreamen Genau Schöner Schaden von uns beiden auch Das hab ich gar nicht so realisiert Das ist der Damage Direkt X-Error-Device Okay, ich stopp mal das Spiel wieder neu, ne? Achso Ja, das ist 1400 glatt Und 4 Kills Ja, ich mache die Nachdenken Ich habe eine Frage Und das ist der Frage Und das ist der Frage